Herr Jesus, ich habe Dank für deine Gegenwart und ich habe Dank dafür, dass du zu uns redest, so wie ich das brauche, so wie jeder das braucht. Und wir bitten dich, segne uns diese Zeit. Amen. Heute haben wir einen Predigtext, der auf den ersten Blick relativ leicht zu erklären scheint. Und also es ist ein Text aus dem Alten Testament und ich bin mir fast sicher, viele von euch haben ihn schon mal gehört oder schon mal den Bezug darauf. Es ist so, dass die Israeliten kurz davor sind, ins gelobte Land einzuziehen, sind aus Ägypten ausgezogen und sind kurz davor anzukommen. Aber es gibt nochmal einen bösen Rückschlag. Die Edomiter, das ist keine Käsesorte, lassen die Israeliten nicht durch. Man weiß nicht so genau, haben sie keine Lust vor einem Überfall, wenn man sie erstmal im Land hat, wie das so ist. Da kommen fremde Leute und kommen ins eigene Land. Wer weiß. Das gab es damals schon. Oder vielleicht hatten sie keine Lust auf die Kosten, wenn da so ein Volk durchzieht und die Obstbäume leer macht und die Gemüsegärten plündert. Wir wissen es nicht. Das Ergebnis für die Israeliten ist, dass sie einen Umweg machen müssen. Und ich habe mir das nochmal auf der Karte angeguckt, ich habe es leider nicht dabei. Das ist ein ganz schöner Haken, den die nochmal laufen müssen, um das Land Edom herum, um ins gelobte Land zu kommen. Und ich lese euch mal den Predigtext vor. Da brachen sie auf von dem Berge Hor in Richtung auf das Schilfmeer, um das Land der Edomiter zu umgehen. Und das Volk wurde verdrossen auf dem Wege und redete wieder Gott und wieder Mose. Warum habt ihr uns aus Ägypten geführt, dass wir sterben in der Wüste? Denn es ist kein Brot noch Wasser hier und uns ekelt vor dieser mageren Speise. Da sandte der Herr feurige Schlangen unter das Volk. Die bissen das Volk, dass viele aus Israel starben. Da kamen sie zu Mose und sprachen, wir haben gesündigt, dass wir gegen den Herrn und gegen dich geredet haben. Bitte den Herrn, dass er die Schlangen von uns nehme. Und Mose bat für das Volk. Da sprach der Herr zu Mose, mache dir eine eherne Schlange und richte sie an einer Stange hoch auf. Wer gebissen ist und sieht sie an, der soll leben. Da machte Mose eine eherne Schlange und richtete sie hoch auf. Und wenn jemanden eine Schlange biss, so sah er die eherne Schlange an und blieb leben. An was erinnert euch das? Für was könnte diese Geschichte eine Steilvorlage sein? Diese Geschichte eignet sich natürlich gut, um die Rettungstat von Jesus nochmal anders bildhaft deutlich zu machen. Die Menschen, die gegen Gott murren, also aufbegehren, sagen, ach, damit will ich nichts zu tun haben. Das Grundmotiv des Sündenfalls, der Mensch bewegt sich von Gott weg. Die Schlangen, die die Menschen beißen, das sind die Sünden, die wir so haben. Die Schuld, die wir auf uns laden, die wir begehen und die uns im Endeffekt töten. Und die aufgerichtete Schlange am Stab. Das Bild für Jesus, den Gekreuzigten, der am Kreuz der größte Verbrecher wird, der zur Schlange wird, damit wir auf ihn sehen und gerettet werden. Vielleicht habt ihr diese Auslegung schon mal gehört. Mal eine kleine Probe. Hat das schon mal jemand gehört? Meldet euch mal, wer diese Auslegung schon mal gehört hat. Ja, ne? Das liegt nah. Es liegt auch deswegen nah, weil im Johannes-Evangelium genau darauf hingewiesen wird. Da steht nämlich Johannes 3, Vers 14 und 15. Und wie Mose in der Wüste die Schlange erhöht hat, so muss der Menschensohn erhöht werden, auf das alle, die an ihn glauben, das ewige Leben haben. Also, das ist auch noch eine Unterstützung, wenn man schon auf die Idee kommt, dann wird es da auch noch mal deutlich gesagt. Okay, also das wirkt alles sehr offensichtlich, wie auf so einer Straße. Ich würde gerne aber mal zwei andere Punkte an den Israeliten beobachten, die für uns eigentlich ganz spannend sein können und für unseren Leben als Christen. Wenn wir uns die Israeliten angucken, jetzt könnte man sagen, die kommen ja schon aus der Gefangenschaft. Also die sind aus der Sklaverei freigekommen und sind auf dem Weg ins gelobte Land. Und sie wissen, es ist wahrscheinlich nicht mehr lang. Und jetzt verliert das Volk die Geduld. Es wird verdrossen. Wer schon mal länger unterwegs war, wer schon mal auf einer längeren Freizeit war und weiß, da kommt es irgendwie zu einer spannenden Situation, es kommt zum Konflikt, da kann man schon mal dünnhäutig werden. Da kann man schon mal irgendwie eine kurze Zündschnur bekommen. Ein Ausleger hat so schön geschrieben, fand die Übersetzung gut. Da wird die Seele kurz. Das ist, finde ich, es klingt richtig gut für das, was da passiert. Da ist nicht mehr so viel Schutzraum, da wird man schneller gereizt. Und die haben auch jede Menge Strapazen durchgemacht. Und die Israeliten hatten von den Vätern gehört, früher war alles besser. In Ägypten nämlich, da gab es, ja gut, okay, da mussten wir als Sklaven arbeiten, aber damals, da haben wir ordentliches Essen gekriegt. Und da gab es auch Wasser. Da waren wir uns unserer Sache nämlich sicher. Ich würde ja gern Ziegel brennen, wenn ich weiß, dass ich dafür immer regelmäßig mein Essen bekomme. Und nicht das immer gleiche Manna. Manna, das war ja das, wovon sich die, was Gott geschenkt hat, jeden Tag neu, wovon sich die Israeliten ernährt haben. Aber nach 40 Jahren, meine Lieben, wer könnte es Ihnen verdenken, dass sie keinen Bock mehr haben und sagen, ey, ihr esse jeden Tag dieses Manna-Brot, diese Manna-Suppe und diesen Manna-Brei. Es reicht jetzt langsam, ich müsste auch gern mal was anderes essen. Und dann laufen sie die ganze Zeit durch die Wüste, ständig Sand überall. Wer schon mal Strandurlaub gemacht hat, kennt das. Das kann einen schon mal nerven. Und wenn du das als dein Leben, wenn du das so lebst, das ist anstrengend. Aber sie machen eben einen folgenschweren Fehler daraus. Sie klagen Mose an und sie klagen Gott an. Und zwei Punkte erkenne ich darin. Die Israeliten vergessen etwas, was wir nicht vergessen sollten. Und sie geben etwas ab, was sie nicht hätten abgeben sollen, was auch wir nicht abgeben sollen. Das, was sie vergessen, ist ihre Erwählung. Ihre Erwählung als Volk Gottes. Dass Gott sagt, ihr seid mein Volk. Und dass Gott versprochen hat, sie ins verheißene Land zu führen. Vielleicht hatten sie erhofft, dass das Leben als Erwählte etwas angenehmer ist. Dass man vielleicht ein bisschen mehr Auswahl hat und dass es ein bisschen schöner ist. Sie vertrauen nicht mehr auf Gott, obwohl sie so viel erlebt haben. Die Israeliten haben so viele Wunder durchgemacht. Die haben gesagt, wir haben Hunger, wir wollen auch mal wieder Fleisch essen. Und was macht Gott? Er gibt ihnen Fleisch. Und Gott kündigt dem Mose noch an, ihr werdet so viel Fleisch zu essen bekommen, dass ihr es nicht mehr sehen könnt. Und genau so kommt es auch. Dort an dieser Stelle, wo die Israeliten unterwegs sind, kommen Wachteln übers Mittelmeer geflogen und landen dort am Strand und können dann nicht mehr weg. Und die Israeliten haben Fleisch, bis sie es nicht mehr sehen können. Bis sie keinen Bock mehr darauf haben. Aber sie vertrauen nicht mehr auf Gott. Das Volk wird undankbar. Sie reden alles klein. Vielleicht kennt ihr das. Jemanden, der für den nichts mehr heilig ist. Jemand, der an nichts ein gutes Haar lässt. Für den alles schwierig ist, alles schlecht ist. Das zieht einen somit runter. Das nimmt einem die Perspektive. Da fängt man plötzlich selber an, schlecht zu denken. Die Israeliten vergessen, dass sie erwählt sind. Sie vergessen, dass sie Gott vertrauen dürfen und Gott vertrauen sollen. Sie sind sein Volk. Und wir dürfen nicht vergessen, dass wir Erwählte sind. Du. Du bist ein Erwählter, eine Erwählte Gottes. Vielleicht sagst du, ja, ist aber gar nicht immer so angenehm und in der Schule hilft mir das jetzt nicht so viel. Oder auf Arbeit. Davon kriege ich keine Lohnerhöhung. Nee, das ist ja auch nicht die Aussage, die Gott getroffen hat. Du bist ein geliebtes Kind. Du bist ein Auserwählter, eine Auserwählte Gottes. Vergiss das nicht. Und dann geben die Israeliten noch etwas ab, was man nicht abgeben sollte. Nämlich, sie geben die Verantwortung ab. Sie sagen, warum habt ihr uns aus Ägypten geführt? Das ist schön. Es sind doch immer die anderen. Nicht so, wir wollten doch gar nicht. Ihr habt gesagt, wir sollen gehen. Wenn es brenzlig und unangenehm wird, wenn wir nicht mehr zufrieden sind, dann waren es die anderen. Dann suche ich mir einen Schuldigen. Wenn ich überfordert bin, wenn ich ausgebrannt bin. Mein Chef. Wenn der mein Potenzial erst mal richtig erkennen würde, dann würde er mich auch ganz anders einsetzen. Meine Familie. Wenn die alle mal auf mich hören würden. Wenn die sich mal alle Zeit nehmen würden für mich und mal hören würden, wie es mir geht. Mein Partner. Gott, warum hast du mich mit diesem Partner zusammengebracht? So anstrengend. Dabei bin ich so eine gute Wahl. Aber der andere ist anstrengend. Mein Hauskreisleiter hätte der mal über das und das Thema geredet. Die Israeliten geben die Verantwortung ab. Und wir tun es manchmal auch. Wir geben ab. Die Israeliten werden in dieser Situation von feurigen Schlangen überfallen, gebissen. Und wir haben es gehört, einige sterben daran. Wir wissen nicht, hat Gott die Schlangen geschickt, so steht es in der Bibel. Vielleicht hat er sie auch einfach nicht zurückgehalten. Vielleicht waren sie da und er hat sie einfach nicht zurückgehalten. Interessant ist, dass diese Eskalation bei den Israeliten eigentlich was Gutes auslöst. Sie hätten ja jetzt noch mehr Grund zum Lamentieren gehabt. Oh, jetzt kommen zu allem kommen auch noch die Schlangen. Aber sie nehmen die Verantwortung zurück. und sagen, wir haben gesündigt. Wir haben uns falsch verhalten. Wir haben gesündigt wieder den Herrn und wieder dich geredet, sagen sie. Und sie erkennen in den vergangenen Situationen, wie Gott geholfen hat. Sie erinnern sich daran, Moment, da war doch was. Gott hat uns doch schon geholfen. Das Volk tut Buße und lässt für sich beten. Gott erhört ihr Gebet. Er ist gnädig. Und wir sind letzte Woche in die Passionszeit gegangen und es ging um Versuchung. Und die Frage, ist Gott der Versucher oder lässt Gott die Versuchung zu? Und hier lesen wir und an dem heutigen Sonntag, der heißt Reminiscere im Kirchenjahr, geht es um die Barmherzigkeit Gottes, um die Gnade Gottes. Und die erweist Gott den Israeliten. Er hätte an der Stelle auch sagen können, wisst ihr was, so einen kleinen Haufen von Rumpeltypen, die die ganze Zeit immer nur sich nur beschweren und alles besser wissen, geht mir weg. Das ist ja eh nur so ein kleines Volk. Ich nehme mal ein anderes. Macht er nicht. Er zeigt seine Gnade und seine Barmherzigkeit. Und in dieser Tat mit der Schlange zeigt Gott noch was anderes. Das finde ich nämlich spannend. Moment, Moses soll diese Kupferschlange aufstellen und wenn sie die Schlange ansehen, dann werden sie gesund. Wie verrückt klingt das eigentlich? Das klingt so ein bisschen wie, du hast Hunger, guck dir diesen Obstbaum an und du bist satt. Das ist doch Quatsch, oder? So funktioniert unsere Welt nicht. Unsere Welt funktioniert so nicht. Du musst was machen. Also du musst was essen und wenn du gesund werden willst, dann musst du ein Pflaster drauf machen. Oder irgendwelche Heilzeug benutzen, Salben und so weiter. Aber Gott macht unmissverständlich klar, ich bin der Herr und wenn ich entscheide, dass du gesund wirst, dadurch, dass du eine Bronzeschlange anguckst, dann bist du gesund. Jetzt denkt ihr, ja gut, was hat denn das mit uns zu tun? Naja, es hat ziemlich viel mit uns zu tun, denn dasselbe betrifft uns ja auch. Gott sagt, wenn ihr auf den Gekreuzigten guckt, dann seid ihr gerettet. Und der eine oder andere, und das passiert ja auch immer wieder, das ist ja auch immer wieder ein Problem. Der eine oder andere sagt, was ist denn zu tun? So funktioniert unsere Welt nicht. Was muss ich tun? Was ist der Eintrittspreis? Was ist der monatliche Beitrag, dass ich gerettet bin? Was muss ich tun? Wo ist der Arbeitseinsatz? Wo ist die Aufgabe, die ich machen muss, damit ich am Ende gerettet werde? Und Gott sagt, ich schenke es dir. Schau auf den Gekreuzigten und du bekommst das ewige Leben. Du wirst gerettet. Das ist schwierig, aber gut. Gott ist Gnade und Gott ist Barmherzigkeit. Gott nimmt nicht die Schlangen weg. Ich finde es auch kein schlechtes Bild, weil wir sind auch mit Schlangen beschäftigt. Die sind ja bei uns auch nicht weg. Auch in der Gemeinde. Dieses Murren, dieses Ärgern, die anderen Generationen, gutes Bild. Ich finde es immer spannend. Jede Generation hat Probleme mit den anderen Generationen. Die Jugendgeneration sagt, ey, wir haben Ideen, wir wollen was machen, wir wollen was verändern. Und die Alten, die sagen immer, wie es geht. Und die Mittleren, die sagen, die Jungen haben so Ideen und die Alten, die haben noch was zu sagen. Und die Alten sagen, früher hat es immer alles geklappt, es war alles besser. Eigentlich muss man jeder Generation dankbar sein. Den Alten, dass sie zu ihrer Zeit eine Antwort gefunden haben auf die Probleme ihrer Zeit. Den Mittleren genauso und den Jungen sollte man dankbar sein, dass sie Lösungen finden, dass sie neue Ideen haben, dass sie in dieser Zeit Antworten finden auf die Schwierigkeiten, die jetzt da sind. Und davon haben wir gerade genug. Jede Generation sollte der anderen Generation dankbar sein oder den anderen Generationen dankbar sein, aus unterschiedlichen Gründen. Ich höre das bei den Filmfestivals, da geht es ja oft um Generationen. Immer wieder kommt das, immer wieder. Na, die junge Generation hat ja keine Werte mehr. Ich sage so, nee, die haben nur andere Werte als ihr. Sei dankbar. Also, auch wir kennen diese Schlangen. Auch wir werden gebissen von schlechten Reden, von genervt sein und dem anderen irgendwie Kommentare zustecken, die ihn verletzen. Von Missgunst. Mit all diesen Sachen haben wir zu tun. Und wir als Gemeinde wissen, wir dürfen auf den Gekreuzigten schauen und wir werden leben. Das ist unser Auftrag. Gott versorgt uns nicht immer mit dem Luxusleben, nicht mit der Luxussuite, darum geht es nicht. Er versorgt uns mit Leben. Und so dürfen wir leben. Amen.